So, liebe Geschwister, es wurde schon angesagt, heute soll Apostel Pöschl zum Bezirksapostel Helfer werden. Die Erwartungen und die Anforderungen an den Bezirksapostel heute sind immens, ist wirklich gar nicht einfach und besonders in dieser Welt, die immer komplizierter wird. Und deshalb kann es nicht einfach so sein, ist nicht unser Wunsch, dass man irgendwann sagt, so, jetzt heute wirst du Bezirksapostel, guck mal, wie du fertig wirst. Der Mensch braucht auch seine Zeit, um sich darauf vorzubereiten, um zu lernen, um sich zu entwickeln. Und deshalb soll Apostel Pöschl heute schon als Bezirksapostel ernannt werden, um die Suchen vorzubereiten, wenn dann, noch nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber wenn dann Bezirksapostel einer Storch in Ruhe geht, dass er dann die Nachfolge übernehmen wird. Mein lieber Apostel, lass dich ja nicht plagen mit der Frage, warum ich, weil es keine Antwort darauf gibt. Ich suche schon jahrelang eine Antwort und plage mich, habe mich unnötig damit geplant, es gibt keine Antwort. Wir nehmen es im Glauben auf. Und wenn Gott ruft, wissen wir, ich kann es nicht verstehen, aber ich kann nicht anders als Ja sagen. Wer Gott liebt, kann es gar nicht ertragen, nicht mit Gott einverstanden zu sein. Das weißt du. Und wenn Gott ruft, dann, auch wenn es was kostet und auch wenn es viel kostet, sagen wir, lieber Gott, wenn du es wirklich so willst, dann mache ich es. Es scheint eine riesengroße Aufgabe zu sein, mach dir keine Sorge, sie ist groß. Sie ist groß, sie ist heilig, aber mit Gott können wir es machen, weil er ist treu. Er wird niemals von dir etwas verlangen, das du nicht machen kannst. Du hast jetzt Zeit genug, um mit dem Bezirksapostel zu arbeiten, seinen Arbeitsbereich näher kennenzulernen, zu lernen, schrittweise alle Geschwister zu lieben, wie sie sind. Oh, das ist eine Aufgabe. Nicht einfach, das kostet Mühe, weiß ich aus gemachten Erfahrungen. Und die Leute, die Geschwister sind sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Region, je nach Land, je nach Alter, je nach gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und es ist unsere Aufgabe, sie alle zu lieben, aber da kann man nicht einfach auf den Knopf drücken, ach, ich liebe sie jetzt. Das kostet Zeit, Kampf und Mühe. Und deshalb ist es schön, wenn man sich da eintrainieren kann. Du bist nicht allein, ich kenne deine Mitbrüder, ich kenne den Bezirksapostel, der Bezirksapostel-Helfer, ich kenne die Apostel und ich weiß, sie stehen dahinter, sie werden dir helfen. Also auch da macht ihr keine unnötige Sorge. Sei einfach, was du noch immer warst, ein wahrhaftiger Diener Gottes, in aller Demut, im Glauben und der Liebe, das schaffst du, garantiere ich. Nun bitte ich, die Gemeinde sich zu erheben. Mein Niederapostel, bist du entschlossen, in Zukunft dem Bezirksapostel Rainer Stoch beizustehen, um ihm zu helfen, an Seite vom Bezirksapostel-Helfer Misselo und mit allen Aposteln. Und mit ihm die Leitung des Bezirks zu übernehmen und ihn zu unterstützen, im Glaube, in der Liebe und der Treue, im Einsein mit dem Stammapostel, mit den Aposteln, dann bestätige es vor Gott und vor der Gemeinde mit einem Ja-Wort. Ja. Amen. So, mein lieber Apostel, hiermit ernenne ich dich zum Helfer von Bezirksapostel Rainer Stoch, um ihm beizustehen in seiner Arbeit und heiße dich auch herzlich willkommen im Kreis der Bezirksapostel und ihren Helfer, im Kreise der Bezirksapostel-Versammlung. Du wirst sehen, es gibt nicht nur Arbeit, es gibt auch viel, viel Freude. Und gemeinsam machen wir das und wir machen es gut. Mach dir keine Sorge. Ich wünsche dir alles, alles Gute, mein lieber. Vielen Dank. Vielen Dank.